Eine 3. Das geht nochmal deutlich besser, aber das ist schon gut. Also hier war auf jeden Fall schon jemand dran, der Ahnung hat. Und damit herzlich willkommen zu Tag 5 der Telefona-Quise-Woche. In dieser Woche gehen wir Telefonskripte durch und schauen, was kannst du daraus lernen. Das Ziel ist, dass du am Ende der Woche dein eigenes Telefonskript machen kannst und das dann schon richtig, richtig gut ist, respektive du weißt, wo drauf es ankommt bei einem Telefonskript. Jetzt habe ich eins, das ist schon echt gut. Das ist schon echt gut. Ich nenne da nie den Autor, sondern es geht einfach um die Sache, es geht um den Inhalt, dass du lernst, wie du noch besser telefonieren kannst. Es gibt hier zwei unterschiedliche Gesprächssituationen. Es gibt einmal die Situation Leitfaden für ein Gespräch eines IT-Dienstleisters, der die Sekretärin des Geschäftsführers eines mittelständischen Unternehmens dran hat. Also erste Stufe ist, du hast die Assistentin, bist IT-Dienstleister, ja, so, Mittelstand. Danach gibt es die zweite Situation, nämlich der Geschäftsführer des mittelständischen Betriebes ist direkt dran und jetzt führst du das Gespräch mit dem. Und es ist aufgeteilt, dieser Telefonleitfaden ist aufgeteilt in, wie machen es die meisten und damit nicht gut, wie könntest du es besser machen und was ist die Begründung, warum du es so machen solltest, ja. Okay, so, also, erste Variante, erste Variante, du rufst an und landest bei der Sekretärin vom Geschäftsführer. Ja, du bist also schon an der Zentrale vorbei, bei der Sekretärin. So, mein Name ist Schmidt von Schmidt IT. Wir sind der führende Anbieter für. So macht man es nicht. Oder, ich würde dieses Angebot Herrn Richter gerne einmal vorstellen. So macht man es nicht. Was hat denn der Richter davon, dass du es vorstellst? Du würdest es gerne vorstellen, schön. Und was hat der andere davon? Okay, bessere Formulierung. Sabine Kastner. Guten Morgen, Frau Kastner. Mein Name ist Erik Schmidt von der Firma Schmidt IT. Pause. Und dann wird die auch sagen, guten Tag, Herr Schmidt. Wunderbar. So. Die Grußwiederholung plus Pause nach der Begrüßung gibt der Sekretärin die Gelegenheit, den Gruß zu erwidern. Damit verhindern sie, dass ein Wortschwall Widerstand im Vorzimmer auslöst, ist, weil es ein Verkaufsgespräch ankündigt, bei dem einer den anderen zu irgendetwas überreden will. Über die Pause vermittelt man dagegen, dass ein ganz normales Gespräch von Mensch zu Mensch beginnt. Also nochmal. Sabine Kastner. Schönen guten Morgen, Frau Kastner. Mein Name ist Schmidt, Erik Schmidt von der Firma IT Schmidt. Ja, guten Tag, Herr Schmidt. Was kann ich für Sie tun? So. Das wäre ein normales, normaler Einstieg. War gut. Okay. So. Dann, ich würde dieses Angebot Herrn Richter gerne einmal vorstellen. So nicht, ja. Das ist so mehr Amateur. Profi. Grüß Gott, Frau Kastner. Sagen Sie, ist der... Oh, nee, den muss ich jetzt mal richtig vorlesen, ja. Also, grüß Sie. Sagen Sie, Frau Kastner, ist der Herr Werner Richter heute schon im Haus? Ja, ist er. Dann verbinden Sie mich bitte mit ihm. Dankeschön. Okay. Das ist nicht so schlecht, aber das ist auch noch nicht gut. Grüß Gott, Frau Kastner. Ist denn der Herr Richter heute schon im Haus? Also, du sagst ja nicht, ist denn der Dirk Kreuter heute schon im Haus? Ist denn der Herr Richter heute schon im Haus? Ja, ist er. Dann verbinden... Nee. Dann verbinden Sie mich bitte mit ihm. Dankeschön. Also, die Aufforderung ist schon gut, aber der ganze Text ist noch so holprig. Ich mach nochmal, ich mach nochmal, ich mach nochmal einmal im Fließen, ja. Sabine Kastner. Gut Morgen, Frau Kastner. Mein Name ist Erik Schmidt von der Firma Schmidt IT. Guten Morgen, Herr Schmidt. Grüß Sie. Grüß Sie. Sagen Sie, Frau Kastner, ist Werner Richter heute schon im Haus? Das würde ich so nie sagen. Sagen Sie, Frau Kastner, der Herr Richter, ist der schon im Haus? Ja, der ist da. Super, sind Sie gut, dass Sie mich durchstellen? Kräuter ist mein Name, Dirk Kreuter. Ja, so würde ich das machen. Okay, mal gucken, was die sagen, warum sie es so empfehlen. Den Vornamen und Nachnamen zu nennen und mit dieser Frage zu verbinden, vermittelt eine Vertraulichkeit und sorgt häufig dafür, dass die Sekretärin gar nicht mehr fragt, worum es denn eigentlich geht. In erstaunlich vielen Fällen genügen diese wenigen Sekunden Gespräch, um durchgestellt zu werden. Ja, also erstmal grundsätzlich, es kommt ein bisschen darauf an, bei welcher Zielgruppe du telefonierst. Aber die meisten Verkäufer haben im Kopf, dass diese Firewall, dass dieser Abfangjäger, dass der alles rausfiltert. Aber das stimmt nicht. Das sind auch nur ganz normale Menschen. Und wenn du einen guten Ton am Telefon hast, wenn du sympathisch bist, freundlich bist, verbindlich bist, die richtige Wortwahl hast, dann bist du in vielen Fällen einfach durch. Du wirst durchgestellt. Also das ist so ein Mythos im Kopf von Verkäufern, dass das nicht funktioniert. Ein Mythos. So. Okay. Falls Sie nicht gleich durchgestellt werden, worum geht es denn? Um seine IT-Infrastruktur, speziell die Verbesserung seiner System-Availability. Um seine IT-Infrastruktur, speziell um seine System-Erreichbarkeit. Dazu brauche ich seine Entscheidung als IT-Chef. Bitte verbinden Sie mich mit ihm. Dankeschön. Das geht eleganter. Du kannst noch viel mehr Sympathie aufbauen mit dieser Frau Kastner. Und... Also es geht sympathischer. Ist okay. Ist, würde ich jetzt sagen, Schulnote eine 3. Aber das geht besser. So. Warum sollst du das machen? Die Begründung. Die Sekretärin möchte bündig wissen. Also damit ist gemeint, die möchte kurz wissen. Was sie vom Chef wollen. Die Mehrheit gibt daraufhin allerdings keine Antwort, sondern redet mit vielen Worten um den heißen Brei rum. Was nervt und eine ablehnende Haltung provoziert. Indem man im Gegenteil dazu schnell auf den Punkt kommt und die Gesprächsführung mit einer abschließenden Bitte behält, überrascht man positiv und wird in den allermeisten Fällen durchgestellt. Ja, aber nochmal, das geht nochmal besser. Am Jahr nicht lange erklären. Also wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wir machen das und das. Und da habe ich mir gedacht, ich melde mich mal bei Ihnen, weil... Das nicht. Das will keiner hören. Man will schon hören, dass du auf den Punkt kommst. Aber nicht so wird es beschrieben. Okay. So. Machen wir mal weiter. Jetzt ist der Herr Schmidt bei dem Geschäftsführer, bei dem Herrn Richter. Richter. Mein Name ist Schmidt von Schmidt IT. Wir sind der führende Anbieter für... So nicht. Die Empfehlung ist... Richter. Guten Morgen, Herr Richter. Mein Name ist Erik Schmidt von der Firma Schmidt IT. Ja, hallo, Herr Schmidt. Guten Morgen. So. Also das ist in Ordnung. Das geht. Okay. Jetzt kommt eine... Also. Wie man es nicht macht. Hätten Sie 10 Minuten Zeit für mich, kennen Sie uns schon? Bitte. Hätten Sie 10 Minuten Zeit für mich? Nee. Das ist wie betteln. Kennen Sie uns schon? Nee. Also es sind beides keine guten Einstiege. Jetzt gibt es einen Einstieg, das ist so ein Modeeinstieg. Also es gibt so in den letzten drei, vier, fünf Jahren höre ich das immer wieder, dass Verkäufer damit kommen. Es gibt immer Moden auch in der Verkaufsrhetorik. Das ist eine jetzt davon. Herr Richter, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, sicher. Gerne. Also dieses, Herr Kunde, darf ich gleich zum Punkt kommen? Und ich als Trainer, wenn ich das erlebe, wenn ich das im Seminar erlebe, wenn ich das in der Praxis erlebe, dann weiß ich immer direkt, okay, die waren bei dem Kollegen und haben dort ein Seminar belegt und haben das dann übernommen. Also, du kannst das machen. Ich finde, das ist nicht nachteilig. Ist es deutlich besser, mag ich nicht zu sagen. Ja, aber ist gut. Herr Richter, darf ich gleich zum Punkt kommen? Also nochmal, im Fließen. Jetzt, ne? Richter. Guten Morgen, Herr Richter. Mein Name ist Erik Schmidt von der Firma Schmidt IT. Ja, guten Morgen, Herr Schmidt. Herr Richter, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, sicher, gern. Wir möchten Sie, wir möchten Ihr zusätzlicher strategischer IT-Partner werden, aber nur, wenn das für Sie auch wirklich Sinn macht. Dazu habe ich eine kurze Frage. Ist das okay für Sie? Also, dazu habe ich eine kurze Frage. Ist das okay für Sie? Ich würde das nicht machen. Das ist eine Höflichkeitsformel. Ich würde jetzt die Meinungsfrage stellen. Und in der Sie-Formulierung, nicht, wir möchten Ihr zusätzlicher strategischer IT-Partner werden, sondern, Herr Richter, es geht darum, wie Sie einen weiteren strategischen IT-Partner an Ihrer Seite haben, mit dem Sie Vorteil und gleichzeitig Vorteil haben. Wie interessant ist das für Sie? Wie interessant ist das für Sie? Das würde ich machen. Okay? Wenn es, also, wie man es nicht macht, ich würde Sie gern davon überzeugen, dass wir im Preis und in der Leistung besser sind als unsere Konkurrenten. Ja, kannst du machen, ist aber nicht elegant. Die schlagen hier vor, wenn es eine Sache im Bereich Ihrer IT-Infrastruktur gibt, die nicht immer so läuft, wie Sie sich das als IT-Leiter wünschen. Welche eine Sache ist das? Das ist eine gute Frage. Ja, kannst du machen? Dann, ich empfehle am Anfang erstmal zu argumentieren und nicht direkt in die Bedarfsermittlung zu gehen. Gib dem Kunden zwei, drei, vier Dinge, die für ihn auf jeden Fall spannend sind und warte dann die Reaktion ab. Und dann kannst du immer noch in die Bedarfsermittlung gehen. So, dann, wie man es nicht macht, wir würden uns freuen, wenn Sie unser Angebot einmal prüfen würden. Oder, gerne sende ich Ihnen unser Angebot per E-Mail zu oder komme gleich bei Ihnen direkt vorbei. Also, so eher nicht, sagen die, sondern Sie empfehlen. Wie müsste denn die Erreichbarkeit, sagen wir, im Bereich der Handelssysteme bei Ihnen aussehen, damit es optimal passt? Was meinen Sie? Also nochmal, ich muss das im Zusammenhang machen. So, wie wäre das komplette Gespräch? Richter. Guten Morgen, Herr Richter, mein Name ist Erik Schmidt von der Firma Schmidt IT. Ja, guten Morgen, Herr Schmidt, was kann ich für Sie tun? Herr Richter, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, sicher. Um was geht es denn? Wir möchten Ihr zusätzlicher strategischer IT-Partner werden, aber nur, wenn das für Sie auch wirklich Sinn macht. Und dazu habe ich eine kurze Frage. Ist das für Sie okay? Ja, wenn die wirklich kurz ist? Prima. Wenn es eine Sache im Bereich Ihrer IT-Infrastruktur gibt, die nicht immer so läuft, wie Sie sich das als IT-Leiter wünschen, welche eine Sache ist das? Ja, das ist die Erreichbarkeit. Die Erreichbarkeit ist manchmal nicht stabil genug. Okay? Wie müsste denn die Erreichbarkeit, sagen wir, im Bereich der Handelssysteme bei Ihnen aussehen, damit es optimal passt? Was meinen Sie? Also Sie müssten mindestens eine Verfügbarkeitsklasse 4 erreichen. Wunderbar! Dann macht ein gemeinsames Gespräch auf alle Fälle Sinn. Wie Sie die gesteigerte Erreichbarkeit im Bereich der Handelssysteme auf die Verfügbarkeitsklasse 4 lösen, zeige ich Ihnen in der nächsten Woche. Machen Sie sich ein Bild. Wann passt es denn bei Ihnen optimal? Ja, Dienstagvormittag wäre gut. Geht das noch weiter? Nee, das ist es. Dienstagvormittag wäre gut. Okay. So. Nochmal, das ist schulnotenmäßig eine 3. Das geht nochmal deutlich besser. Aber das ist schon gut. Also hier war auf jeden Fall schon jemand dran, der Ahnung hat. Ich habe nur eine Frage. Okay, welche Frage ist es? Was müssten Sie denn sehen? Der Kunde sagt, ich müsste das sehen. Du sagst wunderbar. Dann zeige ich Ihnen nächste Woche, wie Sie das hinkriegen. Denkt dran, Sie Formulierung. Nicht, ich zeige Ihnen in der nächsten Woche, sondern Sie sehen dann nächste Woche, wie Sie mindestens eine Verfügbarkeitsquote von 4 haben. Wann passt es Ihnen denn optimal? Und jetzt müssten zwei Terminvorschläge kommen. Okay, also, relativ kurz, aber sehr, sehr gut und ich hoffe, du hast ein paar coole Formulierungen mitgenommen, wie du das machst. Das hier ist Nummer 5 von 6. Mein Tipp ist, dass du wirklich dir Notizen machst, dass du immer mal wieder stoppst, dass du wieder zurückgehst in dem Video und dass du wirklich die Formulierungen für dich mitnimmst. Im Idealfall hast du nach der Telefonakquisewoche dein eigenes Telefonskript und arbeitest damit. So, ich bin gespannt auf das Feedback. Übrigens, YouTube-Videos sind eine Sache. Ich habe natürlich richtig tiefgehende Online-Kurse. Wir werden also unseren Shop verlinken. Da findest du die Online-Kurse. Und wir haben natürlich auch Seminare, wo wir wirklich, im Idealfall bringst du deinen Telefonleitfaden mit und ich optimiere den dann, respektive auch mein Team. Ich habe ja meine Sales-Coaches dabei und die gucken sich dann die Telefonleitfäden an und sagen, okay, das passt, das nicht, mach das mal so, dreh das mal so, dreh das mal so. Das Ziel ist, dass du nach einem Drei-Tage-Seminar bei mir rausgehst mit dem perfekten, also verkaufspsychologisch perfekten Telefonleitfaden. Und mit dem du dich auch gleichzeitig wohlfühlst, weil es bringt nichts, wenn ich dir die reine Theorie aufschreibe und du sagst, so kann ich aber nicht telefonieren. Aber ich denke, das hast du jetzt schon mitbekommen in den anderen Videos auch, wo ich sage, ey, das kannst du nicht sagen. Ey, das ist 80er Jahre oder das ist nicht sympathisch genug. So, das Ziel ist es, einen verkaufspsychologisch perfekten Telefonleitfaden zu haben, der zu dir passt und zu deinen Kunden passt und mit dem du gerne telefonierst. So, wenn dich jetzt noch Nummer 6 interessiert, Telefonleitfaden Nummer 6, abonniere den Kanal, empfiehle den Kanal weiter, empfiehle diese Videoserie weiter und dann im nächsten Video geht es weiter mit Nummer 6. Bis später.